Ba, 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 ba Stahlwerkzeugen stattfinden. Jawohl, ihr habt richtig gehört, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, in der ich hyper, ober, mega gehypt war, weil wir jetzt ein Crucible haben, Stahl gelernt haben und diesen auch verwenden werden gegen diese Schweinebacken-Zombies. Ich höre Dinge. Ach, da vorne. Oh yeah. Ich bin tatsächlich sehr gehypt. Ich werde mir jetzt auch ein 300er Club machen hier noch. Ja, du musst gehen. Was ist los mit dir? So, ab nach Hause und unsere Stahlsachen im Empfang nehmen. Nein, wir müssen erstmal noch hier, aua. Bisschen zu spät geschlagen. Da war alles schon gelaufen. Empty. He's frickledy, dickledy, schizzledy, frickledy. Empty. Und ihr wisst, wie es richtig heißt. Empty. He's... It's fucking empty. So, wo möchte ich denn unser Beet haben? Ich mach das hier mal so hin, würde ich sagen. Packen wir mal die Schafe weg. Da müssen wir tatsächlich nochmal... Äh, obwohl... Ist das hier... Was ist denn das hier? Moment, ich muss mal eben hier hinten mit der Schaufel... Äh, jetzt brauche ich die doch da unten. Ist das Boden? Okay, das ist Erde. Alles klar. Ja gut, dann geht's. Ja gut, 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 gut. So, ich lass schon mal ein Spike Club durchlaufen, neun. Der dürfte mit viel Glück grün werden. Dann können wir hier nämlich schön rumhohen. Und, äh, ein nettes Fältchen anlegen, wo wir Sachen anpflanzen. Ich werde das mit diesen Wood Slacks umranden. Das sollte ein großzügiges Feld sein. Denn wir müssen mal langsam ein bisschen Mitsu hier an, an, an Start kriegen. Und da kommen die Kartoffeln auf jeden Fall in den gedüngten Bereich rein. Ähm, ich geh mal eben rein. Ich hol mir mal die Ho da raus. Obwohl ich ja jetzt eine 300er Ho mache. Ach, guck mal, die ist ja gar nicht so viel schlechter. Ne, wir nehmen die jetzt. Repair. Dann nehmen wir... Ah, Chemiestation ist natürlich übel. Die kriegen wir erst... Ja, das ist doof. Jetzt können wir keinen Fertilizer machen. Shizzle. Den hab ich, glaub ich, irgendwo gefunden. Weil, selber gemacht hab ich den nicht. Shit. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das und das. Oh mein Gott. Wir haben Stahl weg. Oh, ich geh. Ich tu erstmal hier so ein bisschen Kram in die Schlüsselkiste. Ich flippe ein bisschen aus. Merkt man gar nicht, aber ich flippe ein bisschen aus. So, ich muss Woodslacks gleich machen. Es läuft hier nämlich schon nicht mehr. Toll. Ja, so viel brauchen wir dann doch nicht. Forge Steel Bomb. Nochmal 62. Oh, gib her mit. Gib mir das. Come on. Gib her damit. So. Ähm, lass uns hier... Wie heißen die denn? Woods? Ah, wie heißen die denn? Frame. Half Block. Äh, wie viel brauche ich denn da? 40? Man weiß es nicht so genau. Wieso hab ich grad keinen Spike Club gemacht? Wollte ich das nicht tun? Okay, cool. Ähm. Achso, ich setz mal eben die Iron-Dinger da. Weiter hier auf der Seite. Ähm, shit. Wie geht denn das nochmal? Ähm, Copy? Was ist das? Auto Rotate. Copy Rotation. Ne. Nochmal. Da. Copy Rotation. Jawohl. Ne, das ist sehr cool, dass sie das gemacht haben. Weil, also, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Du bist ja teilweise wirklich bescheuert geworden bei dem Scheiß. Ach, jetzt. Du ahnst es nicht, ey. Jetzt brauch ich doch hier wieder den Dingens. Mann. Oh, ah. Wie viel Kram hab ich denn hier noch? 183, okay. Ich kann jetzt nicht so verschwenderisch damit umgehen, wie ich gerne würde. Ist hier schon verbessert? Da ist schon verbessert. Also, für die... Aha. Für die nächste Feralnacht muss einmal rumreichen. Und dann, äh, das gesetzte Ziel ist, zwei von den Ironbars hier dran zu hängen. Ähm. Weil, das ist mir immer ein bisschen eng hier. Ich hab gerne... Äh. Ich seh halt einfach nichts, ey. Das ist viel zu dunkel. Wir brauchen Licht. Das ist das nächste große Ding. Licht. Ich wusste nicht, ob ich es weiß, aber... Warum? Warum? Ich hab das noch nicht verbessert hier. Das muss ich von unten da machen. Das ist schon okay. Okay, wir kommen fast bis nach hinten. Das ist nice. Perfekt. Noch zwei übrig. Ah, ich kann das Feld jetzt nicht machen. Es ist zu dunkel. Fackeln ziehen halt echt auch die Zombies an, ne? Ah. Entschuldigung. Ich musste mal eben etwas trinken. Ich könnte ja eigentlich auch nochmal, das machen wir jetzt auch, eine Stahl, äh, Schaufel machen. Eine Steel... Nee. Steel Shovel. Achso, ich muss erstmal Stahl rausholen. Das macht Sinn. Und dann muss ich mal gucken, was ich für Scheinwerfer brauche. Ich glaube, da brauche ich Strom. Und das habe ich in der Tat noch nicht am Start. Wir machen nochmal ein paar Iron Bars. Wie viele können wir durch? Vier. Das ist ja grandios. Okay. Okay. Ich meine, ich habe sie auch jetzt gerade wieder angemacht. So. Wir machen eine Steel Shovel. Shovel. So. Stahl. Es gibt Stahl. St-ta-ta-ta-ta-ta. St-ta-ta-ta-ta-ta. Es gibt Stahl. T-ta-ta-ta-ta. Ich finde, das ist ein bisschen wunderschön. Okay. Ende Gelände. Ach, es ist... Es geht voran, meine Lieben. Und das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ist da unten was? Ich sehe halt einfach nichts. Wenn ich jetzt da runtergehe, dann sehe ich halt auch nicht richtig, was ich da tue. Ich will aber mal eben hier. Ich will mal eben, ich will mal eben. Zwei Schläge. Yes. Oh, ist das gut. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr Eisen aus der Forge Stahl frisst. Das müsste ich mal analysieren. Ich weiß es nicht. Ja, das ist natürlich... Was ist denn das hier für ein Kackhaufen? Geht das, wenn ich hier ein Woodframe drauf setze? gleicht sich das dann wieder aus? Ja. Es ist nämlich so ein bisschen unschön. Auf jeden Fall. Mach das mal hier hin. So, auf den Berg hier. Das ist doch voll super. So. Ähm. 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 Schwebt das? Ne, das finde ich doof. Junge, was ist los hier? Setz es doch einfach mal wieder. Bist du umkloppt? Alter. Alter. Junge, die ein Mädel war. Junge, der ein Mädel war. Ich hab's heute nicht so. Okay, irgendwie gibt's hier größere Schwierigkeiten. Das ist doch... Das ist doch scheiße. Echt. Daneben. Daneben. Was ist falsch mit daneben? Danke. Mann. Ich brauch sowas von viel mehr als 40. Okay. Ja, das müsste schon reichen, oder? Von der Größe des Feldes her. Und dann jetzt hier noch so runter. Das macht aber hier komische... Okay. Dann brauchen wir noch... Wood Frames. Die halben. Dann mach ich nochmal... Ich weiß nicht, wie viel. Hab ich grad 40 gemacht? Jetzt mach ich 30. Ich bin mehr unschlüssig. Gut. Dann machen wir hier... Alles klar. Dann setzen wir die mal. Es ist halt echt einfach nur dunkel. Hab ich noch eine Fackel am Start? Ne. Jetzt hätte ich die mal hier in die Mitte gesetzt. Okay. Hier müssen wir dann noch ein bisschen was wegmachen. So. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt geht. Oh, wow. Ich setze mal auf Gras und es klappt. Ich bin ein bisschen... Ach ne. Jetzt haben wir hier zu viel. Ich hab sogar zwei zu viel. Das müsste als Feld eigentlich reichen. Ja. Nice. So. Dann, ähm... Verbessern wir das. Mal eben schnell. Bam, bam. Dann wollen wir einfach nochmal hier so zock, zock. Dann laufen wir jetzt einmal so rum. Und da werden wir dann gleich alles überholen. In dem inneren Kreis. Und dann werden wir an einer Stelle auch Dünger setzen. Dann können wir nämlich schon mal hier anfangen mit dem... Äh, Feld. Instruction Tools gehen hoch. Sehr schön. So. Athletic ist auch hochgegangen. Sehr schön. So. Dann schlagen wir hier das noch alles weg. Ja, ist okay, oder? Also von der Größe... Ja. Da kriegt man schon einiges unter. Wo ist die Ho? Dann hohen wir jetzt auch hier mal. Okay, alles klar. Hier ist, äh... Der Dünger. Das ist so gut, dass mir das automatisch geht. Vor allen Dingen, wisst ihr noch in der Alpha 14, wie langsam das Hohen ging? Da bist du ja durchgedreht. Da bist du ja wirklich bekloppt geworden. Komm. Mach hoch da. Das ist schön. Dann können wir in der Nacht hier das Ding fertig machen. Ich mach mal eben ein, zwei Fackeln. Das ist ja lächerlich. Ich seh nix. Jetzt habt ihr auch schon die ganze Zeit nix gesehen. Wirklich sorry dafür. Ähm. Hier müsste doch noch... ...fett drin sein. Nein. Echt nicht? Why? Wo ist denn Fett? Hä? Eins? Warum? Warum haben wir noch ein Fett? Ach, das kann doch nicht sein. Haben wir noch ne Fack? Oh, wow, ey. Okay. Wir machen mal... Dann machen wir halt eine Torch. Eine ganze Torch. Aber ich hatte doch noch vorhin eine übrig. Wo habe ich denn die hingetan? Ist die hier drin? Nö. Komm, das kann man auch noch schmeißen hier. Hm. Dann essen wir hier noch mal. Ja, geil. Jetzt machen wir die Erleuchtung mit einer Torch, Leute. Fantastisch. Aua. Super. Ja, besser als vorher, aber... ... auch nicht viel, ne? Ja, gut. Ach, das ist ja herrlich. Wo war ich denn hier? Hm, 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 hm. Okay. Ja, das müssen wir jetzt hier natürlich eben mal durchziehen. Dass hier der ganze Boden mal schön geholt ist. So, und dann... Ich meine, das Anpflanzen geht ja schnell. Aber wir müssen noch Seeds machen. Müssen wir dann gleich... Meine viele Kartoffelsseeds haben wir nicht. Warum ich mich jetzt nicht einfach umgedreht habe, weiß auch keiner. Ich laufe halt gerne. Athletics müssen hoch. Ähm, ne? Weißt du Bescheid. So. Zack, zack. Mach fertig hier. Ja, aber wenn man das eben in der Nacht erledigen kann, wo man eh, äh... ...nicht so ganz viel geschissen kriegt. So. Ach Gott. Ja, das ist jetzt hier nicht das Spannendste auf der Welt. Ja, das gebe ich zu. Haben wir überhaupt schon Kartoffelsseed? Mindestens eine haben wir doch, ne? Das wäre jetzt der Super-GAU. Weil wir... Wie gesagt, wir brauchen Mietsdu am Start. Es führt keinen Weg dran vorbei. Das ist einfach das beste Essen. So, dann haben wir hier gleich so ein richtig schönes Ackerfältchen. Was für Skills macht das hier eigentlich hoch? Macht das überhaupt irgendwelche Skills hoch? Ja, mit Dünger ist jetzt halt echt schlecht, ne? Also entweder... Ich weiß nicht, welcher Zombie eine Chance hat, Dünger zu droppen. Ich habe den definitiv nicht selber gemacht. Oder ich habe den aus der... Das kann natürlich auch sein. Aus der Chemistry Station da genommen. Ich weiß nicht, ob ich ohne Chemie Station auch Dünger machen kann. Dann verbrauche ich halt wahrscheinlich einfach doppelt so viele Materialien. Aber bevor wir eine Chemistry Station am Start haben... Mache ich das vielleicht mit dem Beaker im Lagerfeuer. Jetzt haben wir das doch gleich. Wunderbar. Wunderbar. Halleluja. Nice. Das Ding ist fertig. Vielleicht kriegen wir sogar jetzt... In der Nacht noch was angebraten. Vielleicht auch das. Ähm. Ange... Pflanzt. Einen. Ach du Scheiße. Okay, das wird eine Zeit lang dauern. Bis wir da mal was am Start haben. Ein Blueberry Seed. Ich weine mal ein bisschen in mich hinein, ja. So. Hier machen wir auch Recipes. Äh. Corn Seed. Habe ich eine Aloe Vera Pflanze? Ne. Joka will die nicht. Aloe. Aloe? Habe ich Aloe? Ja. Ein. Das kommt auch aufs Gedüngte. Ja. Super. Das wird... Das wird anstrengend auf jeden Fall. Das alles anzupflanzen. Da kommen die Kartoffeln hin. Und hier kommen die Blueberries hin. Okay. Dann pflanzen wir mal jede Menge Mais noch. Und Goldenrod können wir hier auch mal pflanzen. Eigentlich hätte ich mal unseren ganzen Mais hier. Kannst du den ja schnell verdoppeln. Das ist natürlich um Gottes Willen. Bis wir dann ein paar Kartoffeln zusammen haben. Halleluja. Und auch Joka. Oioioioi. Naja. Nun gut. So ist das jetzt. Komm. Ich mach das jetzt alles. Was soll der Scheiß? So. Recipes. Corn Seed. Das Ballern wir jetzt alles durchpflanzen. Das komplett an. Und dann... Haben wir hier hoffentlich mal bald ein bisschen Ertrag, ne? Da müssen wir jetzt mit unserer Stahl-Fire-Ex... ein bisschen, äh... Dingen sammeln. Ach, Goldenrod wollte ich auch noch machen. Äh, äh. Ich glaub, ich hab da einen ausgelassen. So. Keine Ahnung, wie lange das dauert, bis es wächst. Oh, ich hab das alles hier hingesetzt, wo es nicht gedüngt ist, oder was? Hier. Ha, 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 ha. Ah, ist das bescheuert, Mann. So, hab ich einen neuen, äh, Spike-Club? Sehr schön. Dann schmelzen wir das Schätzchen jetzt auch mal ein. Läuft die Forge noch? Ja. Da machen wir das mal so. Wir lassen noch Iron Bars durchlaufen. 17. Sehr gut. Ich tu die erstmal noch hier mit rein. Da haben wir auch nochmal... So. Dann schmelzen wir das hier ein. Wir haben jetzt auch ein neues Dingens gemacht. Dann schmelzen wir das hier ein. Oh, ist das... Wieso hab ich denn zwei? Äh, egal. Ich tu hier mal... Hab ich hier tatsächlich zweimal hintereinander auf Craften gedrückt? Wunderbar. So. Das scrappen wir. Wir machen einen neuen Bow. Ich muss unbedingt Pfeile machen. Kinderchen. Pfeile, Pfeile braucht das Land. So, den Rest muss ich jetzt erstmal wegbringen. Ach komm, wir haben schon viel geschafft, oder? Also... Oh, yes. Yeah. Ich sage ja. Die Hoe kommt hier rein. Der Stahl kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das. Bam, 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 bam. Wir haben keine Zeit zu sortieren. Äh, wir müssen aber tatsächlich ein paar Pfeile durchlaufen lassen. So, weg damit. Die brauchen wir auch. Klotsch. Ähm. So, wie viele Federn habe ich am Start? Neunz... Ne, falsche Kiste. Neunzig. Dann machen wir hier doch mal... So, dann machen wir jetzt hier neunzig Pfeile. Äh, Arrow. Gut. Dann können wir hier raus. Den Bogen müssen wir laden. Sehr schön. Tag zwölf, meine Lieben. Ich, äh, laufe mal in Richtung City. Laufe dann da hinten durch. Ach, ich kann es nicht fassen, dass ich das jetzt nicht auf das Fertilized-Zeug gepackt habe. Ich laufe mal hier rekt. Komm, den nehm ich mal... Ne, nehm ich nicht mit. Das ist einfach nur wieder Schwachsinn, den ich da in der Tasche hab. Was heißt Schwachsinn? Aber ihr wisst, was ich meine. So. Guck mal, möchtest du mal meinen neuen Bogen ausprobieren? Ja. Das hat dir gefallen. Mir auch. So. Das ist ein bisschen schwierig, wenn ich das so sage. Aber komm, das war ein bisschen gut. Duck tape. Uh. Da, 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 da. Duck tape. Uh. Dü, 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 dü. Was ist denn hier passiert, hm? Was habt ihr denn hier wieder gemacht? Hallo. Auf Wiedersehen. Das war ein kurzes Gespräch. So. Ähm. Hm, hm, hm. Ich brauche Mining Helmet. Das nervt. Dunkelheit nervt. Oder Night Vision Goggles. Ich weiß ja nicht, wo da die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass man Night Vision Goggles findet. Meine Lieben, wir haben 25 Minuten voll. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.